Golden Wings vs. Super Otaku Okay, die Otakos haben einen Upgrade bekommen, wie es aussieht, haben etwas mehr trainiert und nennen sich jetzt Super Otaku Junior High Was für ein Level habt ihr denn? Level 50? Ja, das sollte für uns noch kein Problem sein Wie gesagt, die ersten Spiele, die gehen ja noch, sind noch keine Herausforderung, nur die hinteren, die werden ja immer etwas schwieriger So, Durchbrecher, gefällt mir nicht so ganz die Otakos, weil die nehme ich gerne foult, aber diesmal nicht So, und dann Kasa Pinguine Nines, let's go Ich denke mal, ich werde Aphrodite mal weiter nach vorne packen, Stonewall wieder nach hinten oder etwas nach hinten, dass ich mal die beiden Plätze tausche Ich kann gerade sagen, also wenn du das jetzt hältst mit deinem Popo, Respekt Die Otakos ist ja in GAU 3 wieder zurückgekehrt, ne? Unglaublich aber wahr Ich hänge einen Rücken, ey, dass man die nochmal sehen, sieht Finde ich interessant So, wir tauschen das einmal hier Ja Ja Da, 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 da So, Back of Tour, müssen wir ein bisschen leveln Deswegen einmal einsetzen Ja, der Ball kommt noch an Okay, perfekt Beziehungsweise, er bekommt ihn noch Dann gewitter eng Ist das ein direkter Schuss? Ich konnte jetzt nur das Schöne sehen Könnte sein, dass es vielleicht kein direkter Schuss ist Ja, man, das überdeckt ja gerne So, Gleitor Keine Chance Bam Drinnen ist es So, dass ich draufgekehrt habe, meine Schüsse zu halten Aha Das hat nicht so ganz funktioniert, wie es aussieht Da, 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 da Und Jetzt machen wir den Ball Mal zurückspielen Zur Freiheit Oh, 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 oh my god, war das gut Ah, schade Da war ich zu langsam Aber okay, das Reicht trotzdem aus Das war ein schöner Weil da ist ab oder halt hinterher gerannt Und zimmert jetzt schön drauf Mit einem direkten Schuss Da kommt nochmal ein Gleitor Sollte aber kein Problem für uns sein Gleitor ist, glaube ich, nicht zurückgekommen, oder? Ich glaube nicht Da, guck mal Bam Genau so muss es laufen Ach toll, jetzt Jetzt, jetzt müssen wir nochmal Jetzt müssen wir uns das noch mal anschauen Hier Die Wiederholung Ja, ja, gut Braue ich mich nochmal anschauen Ganz sicher nicht Superscan reicht aus Vielleicht stoppen wir sogar noch Vor der ersten Halbzeit noch ein Tor Das wäre gar nicht so verkehrt Stade Ich hatte gehofft, das reicht da schon aus Aber okay Können wir abblocken? Macht Cosplay irgendwas? Nein So, wir könnten eigentlich unsere heiße Flasche auch nutzen Oh komm, warum nicht? Gegen die Veteraner habe ich das gar nicht genutzt Aber das ist Naja, brauchte ich ja Hier brauche ich es eigentlich auch nicht Zwingend Aber wird so jetzt So, Fänger am Rücken Zack Das hat Keine Auswirkung Und ein Level Up Nice Damit haben wir jetzt Kaiser Pinot in Level L2 Ne? Das ist jetzt L2 Sehr, sehr geil Ein Tor noch Wir sind in guter Form Aktuell ja Da gebe ich dir recht, Wabi Da seid ihr ja sowas in Form Also, falls es da vorbei Da war der Mier Und Kriegen wir noch einmal Gewitterengel raus? Ja Schön in heißen Phasen noch einmal Könnte auch mal So langsam ein Level Up bekommen Vielleicht Diesmal Er kann nichts mehr machen Und damit haben wir jetzt schon die 5 zu 0 Auf jeden Fall Sicher So Weiter spielen Aufgrund da jetzt Lassen wir noch drin Alles gut Könnten sogar noch Schön Dreifachdrücker nutzen Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Blocktechniken haben Ah ja Total Schlag wäre jetzt gewesen Aber der kann Nicht durch Rümmt ja Manga hat ja Eine Blocktechnik So Haben wir die heiße Phase Hier noch mal Ganz am Ende noch mal Ganz gut genutzt Mit dem Langschuss Sehr geil Vase vorbei Das hat kein Problem Zickzack funken Aber mach ruhig Ich hab meinen Soll erfüllt Ich habe Ein S-Rang Auf der Tafel stehen Jetzt müssen wir noch warten Bis die Zeit abgelaufen ist Oder ansonsten Machen wir hier noch Ein paar Hallo Ein paar Tore Denn Feuersturm Soll mal ausgelevelt werden Hier Er dauert zwar Wahrscheinlich noch L4 7-0 Tolles Tor Peng drin Das kann ich ja Weg machen Ich mach mal nichts Das ist schon plus 2 Okay Hier unser King Soll auch immer was zu tun haben Ach Mamo Smith Er macht hier Nein auf Weiß ich nicht So Fangt seinen Finger Dem macht nix Und da sehen wir uns L2 Wie guckt man Torhüter Kann man recht wenig Trainieren Weil wir Hier quasi immer davon abhalten Die zu nutzen So Kismanborgen Einfach mal Drauzimmern Warum denn nicht Okay Gamer Hätte was gemacht Und wir schießen Erstmal Weiter nehmen Aber das ist okay Gut Aber eine Ecke Ja Es gibt noch Eine Ecke So Dann ziehen wir nochmal Einen Feuersturm rein In den letzten Sekündchen Der geht auch natürlich rein Und dann haben wir nochmal Schon eine gleiche Zahl 8-0 Ist doch auch was Feines Weiter so Raimund Noch mal ein Schön dafür bekommen Sehr gut Schön Gibt ja nochmal ein bisschen Zusatz-EP Was für ein Sieg das war Ne Das stimmt 8-0 Ist ordentlich Aber ist ja auch kein Wunder Okay Zwei haben ein Level Abbekommen Ja wie gesagt Die Erfahrungspunkte sind wirklich Sehr 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 Mau Aber gut Wenn es euch gefallen hat Dann lasst es euch jetzt wissen Und wir sehen uns hoffentlich Dann beim nächsten Spiel wieder Also Bis dann Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020